Als Schausteller spricht man über diese Veranstaltung. Aber was ich heute hier live erleben konnte, ist sensationell. Ihr habt ein fantastisches Fest. Ihr seid super Gäste. Dafür ein Riesenkompliment und ihr dürft euch beklatschen. Zwei Schläge, geht doch, oder? Jawohl, das hat geklappt. Ja, ja, komm Leute, sechs Tage jetzt. Ja, na, 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 na.